Willkommen zu Recenter News am 26. September 2020. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Die heutige Sendung hat sich verschoben, zweimal sogar, weil ich momentan jede Menge Legacy Premium Food packen muss für unsere Kunden. Die Nachfrage ist immer noch sehr, sehr hoch und ich bin ja, wie gesagt, bei uns für alles Mögliche zuständig. Also nicht nur für die ganze Technik, die Computer und so weiter, den Versand, die Webseiten, die Recherche und, 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 und. Und da kommt es halt nun mal zu diesen Verzögerungen. Also wir sind super leistungsfähig als unser Kernteam. Aber wir können natürlich dann jede Menge Verstärkung gebrauchen, wir können jede Menge mehr Budget gebrauchen. Dann bekommen wir natürlich auch viel mehr hin, das ist klar. Und jedes Jahr wird es ja wirklich brutaler in dieser Medienlandschaft, weil es kommen immer mehr, immer mehr neue Verrückte und Opportunisten dazu, die halt eben dann Influencer werden wollen. Und das frisst halt eben dann das Zeitbudget auf der Leute und jeder kämpft dann um Aufmerksamkeit und jeder verspricht den Leuten das Blaue vom Himmel runter. Oh, wir können Team Q oder wir können die Pandemie wegreden und so. Oder irgendwelche Fantasien über jetzt spezifisch, speziell Deutschland und so. Und ich habe vor kurzem halt eben den Leuten mal erklärt, wenn 100.000 Leute ein Video gucken, ja, 100.000 Leute gucken ein Video eine Stunde, sind 100.000 Stunden kaputt, verpufft, die man eigentlich mit irgendwas Nützlichem hätte, ja, füllen können, ja. In der Zeit, die das alles Mögliche erreichen können und irgendjemand meint in den Kommentaren, wow, so habe ich das noch nie betrachtet. 100.000 Stunden, peng, total im Eimer. Da könntest du ja Kathedralen bauen irgendwann, wenn du halt eben so ein paar Videos mal zusammenzählst, wie viel Zeit da verloren geht. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe mir gedacht, denken wir das Ganze nochmal einen Schritt weiter. Überlegen wir mal, wie viele Mitarbeiter die großen Geheimdienste der Welt haben und wie viele Stunden die pro Woche ackern können. Weil meistens hast du wirklich bloß Tausende oder vielleicht ein paar Zehntausend Leute, die für so einen großen Geheimdienst arbeiten. Und die arbeiten halt dann 60, 70, 80 Stunden die Woche, mal mehr, mal weniger. Und das war es dann. Mehr haben die nicht. Und jetzt überlegen wir uns mal, wenn halt eben dann stattdessen 50.000 Bürger oder 100.000 Bürger sich richtig bilden würden über nachrichtendienstliches Denken und Agieren. 100.000 Bürger würden sich da professionalisieren und würden dann eben dann Vollzeit oder Teilzeit eben dann nachrichtendienstliche Aufgaben übernehmen. Da ist alles möglich, ja, da wäre alles möglich mit einer, mit halt so einer Truppe, ja. Es braucht die richtigen Leute mit den richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Boom, Magic, ja. Und stattdessen hocken halt eben dann unzählige Leute vor ihren Bildschirmen und ihren Handys und gucken und gucken und gucken und verblasen dadurch halt eben dann wertvolle Zeit. Und das, was sie gucken, ist halt eben dann auch noch super, super schlecht. Meistens halt eben dann vorgekaut von irgendwelchen Geheimdiensten oder von den Milliardären, die sich halt eben dann die ganzen Medien aufgekauft haben. Also links, rechts, Mitte, Libertär, alles. Und versuchen halt eben dann die Leute an den Bildschirm zu fesseln. Und sie haben halt eben dann die Experten dahinter sich mit Psychometrie. Und die können halt eben dann genau sagen, wie man die Leute anlockt. Also wie locke ich die Libertären an, wie locke ich Konservative an, wie halte ich irgendwelche Leute bei der Stange. Maßgeschneidert. Und es kommen immer mehr Influencer und immer mehr Medien. Man kann immer mehr Nischen bedienen und so versucht man die Leute halt eben dann hier an der Nase rumzuführen und passiv zu halten. Also ich finde das hier im Recenter Shop, der geführte ausländische Geheimdienste im Dritten Reich. Also das ist eines meiner wichtigsten Bücher, die ich jemals geschrieben habe. Und das war der Durchbruch schlechthin. Und wir sind ein kleines, sehr, sehr kleines Kernteam. Und wir haben da richtig brutal uns gebildet und richtig brutale Arbeit reingesteckt. Und wir brauchten kein großes Budget. Wir brauchten keine zig Manpower. Wir brauchten keine großen Organisationen. Wir brauchten keine komischen Gönner. Und wir können hier einen Durchbruch nach dem anderen erzielen. Nachrichtendienstlich. Und da ist noch so viel möglich. Da ist noch so viel möglich, was da noch passieren kann und passieren muss. Und dann haben wir noch im Recenter Shop mein allerneuestes Buch. Tiefste Geheimnisse der Supermächte. Band 4. Herrschafts- und Widerstandstechniken. Das heißt, ich habe hier mal was zum Einblenden, was ich Ihnen hier zeigen möchte. Und zwar ist das die Druckdatei. Also das ist so das, was an die Druckerei geht. Also hier haben wir dann das Kapitel People, Machine und Simulacrum. Ich habe ja vor einer Weile schon mal erzählt von dieser Simulmatics Corporation. Wie halt dann diese übelsten Forscher in Verbindung mit der CIA und so. Wie die halt 1959 dann schon diese Firma hatten. Um halt eben dann Verhalten von den Leuten zu simulieren und vorher zu berechnen und zu manipulieren. Und man konnte das halt eben dann auch anwenden auf die Politik. Also wer wählt was, warum. Wie kann man denjenigen dazu kriegen, was anderes zu wählen. Oder wenn es um Dinge geht. Also du kannst jemandem eine Waschmaschine verkaufen. Du kannst jemandem auch davon überzeugen, dass er bei irgendeinem Krieg halt irgendwie dann das für gut hält. Oder bei irgendwelchen Polizeistaatsmaßnahmen. Also das habe ich auch bei Covid schon erzählt. Das heißt, wenn halt irgendwie Absicht gewesen wäre, wirklich eine krasse Covid-Diktatur zu etablieren. Dann hätte man das vorher am Computer durchsimulieren können. Und man hätte dann eben feststellen müssen, der Computer sagt, es bräuchte halt eben den richtigen Virus mit 3% Todesrate oder 4% Todesrate. 5% Todesrate, damit halt genug Leute sterben, damit die Leute auch dann diese Diktatur mittragen. Also man kann alles simulieren und berechnen. Und die waren schon 1959 schon ziemlich weit. Und das kam dann raus. Man hatte ja eben dann John F. Kennedy ins Amt geholfen. Ja, ins Präsidentschaftsamt. Und dann kam das irgendwie raus und dann gab es einen riesen Aufschreien in den Medien. Und es gab auch eben eine große Inspiration für Science-Fiction-Autoren. Also zum Beispiel gab es dann hier Rainer Werner Fassbinders Film Welt am Draht. Und der war wiederum anscheinend Inspiration auf den späteren Film Matrix oder Matrix von 1999. Die Handlung von Fassbinders Film spielte in einer alternativen Gegenwart der 1970er Jahre. Am Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung wurde ein Supercomputer namens Simulacron 1 entwickelt, der imstande ist, eine Kleinstadt zu simulieren. Diese Simulation läuft rund um die Uhr und wird von Identitätseinheiten bevölkert, die in etwa dasselbe Leben führen wie normallebende Menschen und ein Bewusstsein besitzen. Aus einer einzigen Kontakteinheit weiß keiner der simulierten Menschen, dass ihre Welt eine Simulation bzw. ein Simulacrum ist. Und man kann sich mit einer Kontaktschaltung in die Scheinwelt einklinken und es gibt simulierte Menschen innerhalb der Scheinwelt, die in die Realität entkommen möchten. Bald ergibt sich für die Personen am Institut die Frage, ob sie selbst in ihrer Umgebung möglicherweise auch nur eine Simulation sind. Also viele Leute interessieren sich halt eben dann eher für die philosophischen Aspekte und die esoterischen Aspekte von diesen Zusammenhängen. Aber wir von Recenter, wir interessieren uns halt eben dann für die praktischen Aspekte. Also welche Möglichkeiten haben die Supermächte heute, wie werden diese Möglichkeiten wahrscheinlich angewendet und wie können wir das kontern. Also das heißt, hier 1952 waren sich die beiden amerikanischen Parteien Democrats und Republicans dermaßen ähnlich, dass es den Wählern eher auf die Präsidentschaftskandidaten ankam, als auf politische Positionen. Zunehmend spielten Marketing, das Fernsehen und Links-gegen-Rechts-Propaganda eine bedeutende Rolle. In der heutigen Situation bestimmen TV und das Internet so ziemlich alles und die beiden Parteien werfen sich gegenseitig vor, Amerika und die Demokratie komplett zu verraten. 1952 sah das Publikum bei den Präsidentschaftswahlen erstmals den Univac-Computer, der anscheinend das Wahlergebnis vorhersehen konnte. Und dann gab es dann irgendwann den IBM 704-Computer mit der Programmiersprache Fortran. Also du konntest damals nicht den Computer fragen, hey, warum ist Joe Schmoe als Idaho ein Republican-Wähler? Oder wie kriege ich Joe Schmoe dazu, Demokrat zu wählen? Oder wie kriege ich ihn dazu, irgendeinen Krieg gut zu heißen oder irgendeinen Aufstand in der dritten Welt gut zu heißen, den die CIA finanziert hat? Sondern du musstest halt diese Fragestellungen in kleine Einheiten zerteilen und dann den Computer halt rumrechnen lassen und die Wahrscheinlichkeiten halt irgendwie dann zusammen in Verbindung bringen. Und das wurde immer besser und besser und besser, weil die Computer immer besser wurden. Also 1959 konntest du schon irgendwie die Bevölkerung in 480 Kategorien aufteilen. Und weil jeder in der eigenen Kategorie agiert halt relativ ähnlich oder ist sich relativ ähnlich. Heute kannst du eigentlich das Individuum sogar, also bis aufs Individuum halt irgendwas maßschneiden. Also das war ja bei Cambridge Analytica, das heißt die entscheiden dann sogar anhand deiner Lieblingsfarben, welche Farbe dann die Wahlwerbung hat. Nicht nur der Inhalt ist halt eben dann manipulativ, sondern man kriegt dich halt eben noch mit solchen Äußerlichkeiten. Oder die Phrasen, die Wörter und so. Äh, und ähm, ja und dann gab es den IBM 7090 Computer, den siehst du auch in dem Film Dr. Strangelove von Stanley Kubrick, wo ein durchgeknallter antikommunistischer US-Offizier die Doomsday Machine triggert. Einen automatisierten Mechanismus, der einen Atomkrieg verwaltet, ohne Input der Menschen. Also so haben die Leute halt eben was immer wieder verarbeitet in Science-Fiction-Filmen. Und, ähm, das beschäftigt halt eben dann, beschäftigt halt eben dann die Leute, ja. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellen. Du nimmst die rote Pille, du lässt dich da zudröhnen mit so einem Verschwörungsvideos auf YouTube und dann weißt du Bescheid und dann bist du außerhalb der Matrix. Ah, 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 ah. So einfach ist es bei weitem nicht. Und, ähm, ja, und jetzt irgendwie Donald Trump, Donald Trump will jetzt irgendwie halt unentschlossene Wähler ködern, also er will jetzt irgendwie die Antifa verbieten, als gäbe es die eine Antifa. Er will den Ku Klux Klan verbieten, als gäbe es den einen Ku Klux Klan, als könnten Gruppen sich nicht irgendwelche anderen Namen geben. Und im Endeffekt, im Endeffekt haben wir es halt eben dann zu tun mit neuen Projekten, wie halt Chaos, Cointelpro, Troy, Camelot und so. Und man kann eben dann alles Mögliche vorherbestimmen, vorherberechnen und durchsimulieren. Und jetzt ist es halt eben dann so, äh, Ruth Bader Ginsburg vom Supreme Court ist gestorben, kurz vor der Wahl, was sehr suspekt ist. Ich meine, erinnern wir uns an, an die Obama-Ära, als da einer der Richter starb. Da gab es sofort natürlich dann die Verschwörungshypothesen auf Infowars.com, dass der halt dann irgendwie ermordet wurde. Irgendjemand hätte ihm ein Kissen aufs Gesicht gedrückt und so. Und man wollte das nicht einfach so hinnehmen, dass der Richter da jetzt gestorben ist und dass die Demokraten einen neuen Bestimmen dürfen auf Lebenszeit. Und jetzt stirbt Ruth Bader Ginsburg so kurz vor den Präsidentschaftswahlen. Klar, sie war lange Zeit krank und so weiter und so fort. Aber es hätte auch vor einem Jahr passieren können oder vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Oder es hätte erst in sechs Monaten passieren können oder in einem Jahr. Nö, es passiert jetzt kurz vor den Wahlen. Das ist schon ziemlich suspekt. Und jetzt dürfen die Republicans halt eben dann schon wieder einen Richter entsenden. In den Supreme Court auf Lebenszeit. Man hat dann die totale Mehrheit für die nächsten Jahrzehnte. Aber das könnte jetzt eben auch ein Hinweis vielleicht darauf sein, dass Donald Trump die Wahl verliert. Man hat dann vielleicht an den Computern eben dann durchsimuliert. Naja, wenn wir halt unsere Influencer, unsere kontrollierten Medien dann benutzen und kontrollierten alternativen Medien benutzen, dann erklären wir das den Leuten, dass halt wir, die guten Republicans, ja, wir haben jetzt den Supreme Court bis auf die nächsten Jahrzehnte und wir haben immer noch den Senat. Wir haben jetzt das Weiße Haus verloren, aber es bringt uns jetzt nichts irgendwie Randale zu machen, sondern es bringt uns jetzt am meisten halt eben dann bei der Stange zu bleiben und weiter schön Republican zu wählen. Und dann kriegen wir in vier Jahren vielleicht das Weiße Haus zurück und in zwei Jahren kriegen wir vielleicht das Repräsentantenhaus zurück. Also so hat man das vielleicht jetzt hier so gedeichselt. Und dann gibt es eben dann keine großen Krawalle und so bei der Wahl. Und in der Folgezeit, in den Wochen, weil man eben dann sich dann streitet, welche Briefzettel, Briefwahl, welche Briefwahlunterlagen gelten jetzt und welche nicht und so. Also da bleibt dann vielleicht dieses groß erwartete Chaos dann aus, weil eben die Behörden und so weiter, weil die eben diese ganzen Werkzeuge haben und die können das alles hier vorausberechnen und steuern, wie sie das wollen. Und jetzt haben wir dann Amy Barrett, die in den Supreme Court soll. Hier Amy, wo habe ich den Artikel hier? Amy Barrett, also die stammte aus der Kaderschmiede der Kochs und der Mercers. Ja, aus dieser Federalist Society. Und die Mercer-Familie bezahlte ja nicht nur diese Trump-Medien und Trump-Trendwelle und die neuerechten Stars, sondern die Mercers, die sind auch ganz dick mit drin in der Psychometrie. Also mit diesen Computern und Algorithmen, wo man hier einschätzt, wie die Leute denken und beeinflussen will, wie die Leute denken. Und ja, also Barrett, also Barrett, die jetzt in den Supreme Court soll, ihr Vater war Anwalt für die Royal Dutch Shell Oil Company, also für die Ölfirma des Hochadels. Und sie studierte halt an den Top-Unis und so, war dann Mitglied der Federalist Society und da kommen halt eben dann die ganzen wichtigen Richter raus, die dann Karriere machen unter den Republicans, also den zwei Bush-Präsidenten, Reagan und so. Total übel. Also das nannte man früher den Deep State, diese Republicans. Und jetzt haben wir halt eben dann Amy Barrett. Und diese Federalist Society, die bekam halt eben dann, das ist wie so der Torwächter, wie man hier das beschreibt, und die Federalist Society bekam dann Geld von der Scaife Foundation und halt den Koch, der Koch-Industries, Koch-Stiftungen und so. Also diese, die gibt es schon lange und die gibt es auch nach Trump. Und das ist, wie gesagt, das ist halt leider ein Märchen, dass Trump uns retten wird. Ja, es gibt auch keinen Weihnachtsmann, es gibt auch keinen Osterhasen. Trump wird uns nicht retten und Team Q ist auch nur eine Erfindung. Also deswegen hoffe ich da mal, dass sie verstehen, woran sie hier sind. Ja, mit Amy Barrett. Und ansonsten hatten wir Neil Gorsuch, das war der erste neue Richter unter Trump für den Supreme Court. Und Gorsuch stammte auch aus dieser Ecke, wie jetzt Amy Barrett. Und dann der zweite war Brad Kavanaugh aus Yale, von dieser Yale-Skull-and-Bones-Ecke, der auch ein Vertrauter von den Bushes. Das ist jetzt hier die Situation. Also das heißt, Trump könnte die Wahl gewinnen, Trump könnte die Wahl verlieren. Das entscheidet die Oberschicht, die eine Oberschicht in den USA. Wahlbetrug eher massiv von der Republikaner-Seite, wie schon im Jahr 2000 und im Jahr 2004 zugunsten von George W. Bush. Das sollte eigentlich bekannt sein, aber die heutige Generation von Influencern ist so saublöd. Teilweise viel zu jung, die wissen gar nicht mehr, was damals eigentlich lief. Oder sie können das nicht in den logischen Einklang bringen. Also sie ignorieren das, was damals lief, zweimal für Bush im Jahr 2000, 2004, diese massive Wahlbetrug, weil sie halt jetzt dran glauben möchten, dass nur die Democrats die Bösen sind und die Republicans werden uns retten. Und nur die Democrats würden irgendwie da Stimmen fälschen und eine Wahl fälschen. Und das ist jetzt so der Talking Point bei den Influencern. Und du musst diesen Talking Point bringen, weil ansonsten rebelliert dein Publikum und rennt dir davon. Dann kriegst du keine Spenden mehr und dann hast du keinen Job mehr als Influencer. Oh, ja, also wird dann eben lieber gelogen oder man vermeidet es halt mal richtig nachzuforschen und sich halt die Arbeit anzuschauen von Greg Palace. Und dann lügt man halt die Leute an. Ja, die Democrats manipulieren die Wahl und so. Und Trump würde dann, wenn er halt eben dann verliert, würde dann das Kriegsrecht ausrufen und die Linken verhaften und so. Also wie gesagt, es gibt keinen Weihnachtsmann, es gibt keinen Osterhasen und es gibt auch keinen Sturm, der da irgendwie dann Amerika retten wird. Ich meine, das Schicksal der Welt wird sich an Orden entscheiden wie Amerika. Nicht in der Bundesrepublik. Das muss man verstehen. Und ich meine, so viele Deutsche waren ja ausgewandert in Amerika. Das heißt, so viel von Amerika ist ja eigentlich deutsch. Selbst Donald Trump ist eigentlich deutsch. 50, 60 Millionen Amerikaner sind eigentlich deutsch. Also das war jetzt hier diese Supreme Court Nummer, ja. Das ist diese Supreme Court Nummer. Und dann, ja, ich spreche später noch über die kommende Präsidentschaftswahl und diese ganzen Dinge. Aber vorher wollte ich nochmal hier kurz ansprechen, ja, diese Sache mit den Influencern. Also das heißt, immer mehr Influencer kippen die aus den Latschen. Ja, das heißt, die sind überarbeitet. Sie haben zig Gerichtsprozesse an der Backe kleben, strafrechtliche Ermittlungen an der Backe kleben, dann irgendwie Geheimdienste auch noch an der Backe kleben, der Verfassungsschutz und teilweise internationale Dienste und so. Und irgendwann kippen dir diese Influencer, gerade diese neurechten Verschwörungs-Influencer, irgendwann kippen die dir aus den Latschen. Also siehst jetzt teilweise schon, siehst jetzt teilweise schon den einen oder anderen bekannten Influencer aus dem deutschen Raum. Auch nicht mehr der jüngste, ja. Sieht aus wie der schlimmste Alkoholiker unter der Brücke. Und da kommt immer mehr Druck und da kommen immer mehr Probleme und immer mehr Probleme. Weil sie gelöscht von Social Media und dann heißt es halt, oh no, wir brauchten unbedingt Facebook-Werbung, weil sonst kriegen wir nicht genug neues Publikum und so. Und ohne Facebook sind wir irgendwie aufgeschmissen. Aber wollten halt unbedingt Kalbitz und Höcke bewerben die ganze Zeit. Und Putin natürlich. Aber waren dann abhängig von Social Media, von Facebook. Und von den Kiosken und so weiter und so fort. Und dann hast du andere, ich glaube, einer von den Influencern, ich kam aus der Verwunderung nicht mehr raus. Einer von diesen Influencern hat dann gemeint, er wurde irgendwie verklagt von Yoko Ono und er hat den Prozess verloren und er musste einen Haufen Geld zahlen. Yoko freaking Ono. Ich meine, ja und dann Alex Jones hat, Alex Jones hat jetzt 15 Gerichtsprozesse, also einzelne Kläger gegen sich, 15 mehr oder minder, 15 Kläger gegen sich, Alex Jones wegen Sandy Hook, nur wegen Sandy Hook. Dann kommen noch andere Sachen, die Democrats wollen gegen ihn ermitteln, wegen der Wahl 2016 und Wikileaks. Das FBI will gegen Alex Jones ermitteln, wegen den Russen, wegen der Russenpropaganda und so. Huh, ich meine, irgendwann kippen dir diese Influencern aus den Latschen. Ich meine, du hast ja gesehen, Alex Jones war irgendwie die ganze Weile ein Alkoholiker, musste einen Drogentest machen. Wirkte immer, also wirkte auf mich, als hätte er so ein bisschen Aufputschmittel eingeschmissen und so. Jahrelang. Und fast alle Angestellten sind davon gelaufen und wurden gefeuert und haben gesagt, der Typ ist irre. Also hüben wie drüben, ja, hier in Europa, in den USA, die Influencer, die kippen dir alle aus den Latschen. Die sind irgendwann pleite, sie kippen dir aus den Latschen und sie ertragen irgendwann den Druck nicht mehr, den Stress nicht mehr. Und das Publikum verlangt ja von diesen Influencern eigentlich, dass die Influencer sich strafbar machen ständig, dass sie sich gesellschaftlich unmöglich machen und so. Und gerade hier in Deutschland, um dieses Truther-Klientel zufriedenzustellen, müsstest du als Influencer ein Neonazi sein, müsstest du dich strafbar machen die ganze Zeit, du musst ein Rassist sein, Frauenfeind, Bundesrepublikleugner und ein Russen, also ein Landesverräter, genau. Du musst dich noch auf die russischen Geheimdienste einlassen, musst Landesverrat und Hochverrat auch noch begehen. Dann sind die Leute da draußen zufrieden mit dir als Influencer. Aber dann bist du halt einfach im Eimer, weil dann können nämlich alle möglichen Geheimdienste, internationale Geheimdienste, können dich nämlich leichtfertig machen und nicht einkassieren, notfalls sogar irgendwie nach Guantanamo Bay verfrachten, je nachdem, wie krass du dich auf die Russen eingelassen hast. Ja, neue Gesetze in Deutschland, erneuerte Gesetze gegen Aufstandsbekämpfung, da wird alles mit reingewurstet, wenn du halt irgendwie dich mit den Russen absprichst, von wegen, wir spalten die Bundesrepublik auseinander, notfalls mit Gewalt oder machen einen gewaltsamen Umsturz. Das langt schon. Dann kriegst du schon eine voll auf die Nüsse hier, irgendwie zehn Jahre Haft hier und fünf Jahre Haft da und nochmal zehn Jahre Haft hier. Da geht es richtig ab, ja. Also es wird eigentlich Unmögliches verlangt von den Influencern und irgendwann kippen die einfach um oder sie lassen sich rekrutieren vom Geheimdienst, weil sie es nicht mehr anders aushalten. Und das ist nicht nur bei den Neurechten, Pro-Putin-Kreml-Fußmatten so, sondern das ist auch genau das Problem bei der Antifa, bei den extremen Linken und bei anderen so ganz krassen radikalen Aktivisten. Das Publikum verlangt im Prinzip Unmögliches und deswegen kippen dir die Influencer irgendwann aus den Latschen oder sie laufen dann irgendwie doch über oder landen im Knast oder wie auch immer oder gehen halt komplett pleite. Und jetzt haben wir gesehen, hier der bekannteste Rechtsrapper beendet seine Musikkarriere. Chris Ares, ja, du kannst spekulieren, hat der Verfassungsschutz was damit zu tun oder hat er gemerkt, dass die Leute in der Szene auch ziemlich übel sind. Und er sagt halt bloß, er war schon länger sich nicht mehr sicher, ob er auf dem richtigen Weg ist und jetzt will er alle seine Social-Media-Profile löschen und er will nicht mehr in der Öffentlichkeit auftauchen. Also hier, jahrelang hier den Influencer gemacht und jetzt puff, weg. Das haben wir ja jetzt gesehen. Dann haben wir jetzt einen Haufen, Haufen Entwicklungen an dieser unsäglichen Covid-Front. Also glauben Sie mir, wäre es auch lieber, wir könnten das Ganze einfach ignorieren, wir könnten das irgendwie wegdemonstrieren und wegreden. Aber es ist halt leider nicht so einfach. Israel ist total im Chaos. Also die hatten es eigentlich im Griff. Jetzt geht es da so drunter und drüber und die haben eine massenhafte Arbeitslosigkeit und die müssen schon ihre Geheimdienste verwenden oder Geheimpolizei verwenden, irgendwie den Shin-Bett und ihre elektronische Überwachung, um die Leute halt eben dann zu drangsalieren, damit die ihre blöden Masken aufsetzen und damit die nicht irgendwie heimlich dann doch eine religiöse Feier machen ohne Masken und ohne Abstand. Also total Land unter. Totales Chaos und das kann jetzt in den nächsten Wochen da noch schlimmer werden in Israel. Wir haben die Details auf recenter.com. Also so simpel ist das halt eben dann nicht und die haben auch nicht viele Intensivbetten in Israel und die haben sehr viele alte Leute in Israel und es ist ein kleines Land, es ist alles recht dicht gepackt und die Leute können auch nicht alle Homeoffice machen und die können auch nicht alle irgendwie die alten Leute isolieren und so. Das ist alles nicht so einfach. Und dann haben wir in Britannien massive Probleme. Also in Britannien war es ja jetzt irgendwie dann eine Weile lang so auf dem Plateau, die Pandemie und alle dachten dann, ja wir haben das doch im Griff, wir können jetzt massiv lockern und so. Und die Politik hat dann gewarnt wegen einem Virologen gesagt, nee, und die Leute haben mehr Druck gemacht. Wir halten uns nicht mehr an die Maßnahmen, wir wollen die Lockerungen und so und jetzt haben sie den Salat, jetzt hast du dann irgendwie Wachstumsquoten exponentiell, also die Neuinfektionen gehen exponentiell nach oben, die Krankenhauseinweisungen gehen exponentiell nach oben, die Toten gehen jetzt auch wieder steil nach oben, halt immer ein bisschen verzögert und so. Und die Briten haben nicht viele Intensivbetten. Und jetzt haben sie schon irgendwie zig Leute in so einem Quasi-Lockdown, jetzt wollen sie alle Leute ab 45 Jahren isolieren und man hält sich ja alle Optionen offen, also auch wieder in den vollen Lockdown. Dann in Frankreich, Marseille, Marseille ist jetzt in dem richtigen Lockdown, das ganze Land kann wieder in den vollen Lockdown gehen und die Franzosen, die haben ja die Franzosen haben ja ungefähr 10.000 10.000 Intensivbetten, glaube ich, war es. Nur 10.000 Stück und davon sind schon 10% voll nur mit Covid-Patienten und dann hast du noch zig andere Prozent, die halt voll sind mit anderen Patienten. Also überlegen sie sich mal, dann kommen noch einmal 1.000 Covid-Leute auf der Intensivstation, noch einmal 1.000, noch einmal 1.000, und das geht relativ schnell. Und wenn du halt eben dann auch unentdeckte Cluster hast von dieser Pandemie, dann geht es halt hier wieder los und da wieder los und da wieder los und irgendwann kollabiert dann dein System und dann füllen sich halt dann diese bereitgestellten Notfallkrankenhäuser, die lange Zeit jetzt leer standen, also wochenlang wirklich leer standen, die in Reserve gehalten wurden, die laufen dann theoretisch voll und du hast halt einfach dann Leute ab 50, die dann elendig sterben, wenn es darum läuft, ohne dass die Angehörigen da rein dürfen. Die sterben alleine an so einem Beatmungsgerät, wenn sie überhaupt noch eins kriegen oder sich eins teilen müssen und davor haben die ganzen Länder halt eben dann Angst, ob jetzt Israel oder die Russen oder die Brasilianer oder Argentinien oder Franzosen. Jedes Land hat vor dieser Situation Angst, weil du weißt nicht, wie krass dann das Chaos ist, das dann entstehen würde. Es ist nicht klar, ob die Computersimulationen da eine zufriedenstellende Antwort geben, ob man das in den Griff bekommt. Und dann bist du ja nochmal verwundbar für weitere Angriffe, Cyberangriffe, also Computerviren oder halt eben dann ein Angriff von irgendwem mit einer biologischen Waffe. Also die Israelis fürchten sich dann vor den Islamisten, die dann irgendwelche Viren haben, von irgendwelchen Fledermäusen im arabischen Raum oder von irgendwelchen Dromedaren. Dromedaren fürchtet man sich, dass man mitten in dem Covid-Chaos, wenn da wirklich dann sehr viele Leute dann im Krankenhaus sind, fürchten sich davor, dass man dann noch einmal angegriffen wird. Und das ist die Situation. Ich habe leider keine besseren Nachrichten für Sie, meine Damen und Herren. Ich weiß, Sie wollen jetzt vielleicht hören, es ist alles nur Fake und wir können das wegreden und wir können das wegreden und wegdemonstrieren und so. Und wenn da irgendwie noch mehr Influencer da reden online und alle das gleiche reden und dann noch ein paar Covid-Demos sind, dann ist das Problem irgendwie weg. So leicht ist das halt eben nicht. Und ja, das heißt, wir haben jetzt also ein Riesenproblem in Israel, großes Problem in Britannien, große Panik in Frankreich. und dann haben wir uns mal diesen Schweden angeguckt, haben wir uns mal diesen Schweden angeguckt, der da der Chef-Epidemiologe, der Virologe ist. Dieser Anders Tegnell. Ja, den haben Sie sicherlich schon tausendmal gehört, irgendwie erwähnt in den Nachrichten, weil er halt eben dann weil er halt eben dann weil er eben dann immer gesagt hat, ja, wir können vielleicht ohne Zwangs-Lockdown durchkommen, mit so einem halben Lockdown und so. Und wir haben uns den Typ mal angeguckt, der Mann ist, der ist Mitglied der königlich-schwedischen Akademie der Kriegswissenschaften. Seine Antrittsvorlesung befasste sich mit den Auswirkungen von Pandemien auf die Gesellschaft. Schwedische Königshaus gehört zu dem Welfenorbit, das über die Royal Society und Ablegergesellschaften die Felder der Epidemiologie und biologische Kriegsführung kontrolliert. Er arbeitete für die WHO in Laos, um Impfprogramme zu entwickeln. War bei einem Ebola-Ausbruch dabei. War Experte für die Europäische Kommission, um sich auf EU-Ebene auf Bedrohungen in der öffentlichen Gesundheit wie Milzbrand, Pocken und andere Infektionskrankheiten vorzubereiten. Bei Milzbrand und Pocken handelt es sich um Erreger, die verhältnismäßig leicht von Terroristen genutzt werden können. Oder von staatlichen Angreifern. Also er beschäftigt sich mit biologischer Kriegsführung, direkt oder indirekt. Und er ist in der Königlich-Schwedischen Akademie der Kriegswissenschaften. Macht er dann seinen Abschluss an der London School of Hygiene in Tropical Medicine, genauso wie der WHO-Direktor Tedros Adhanom. Und dieses Institut, die London School of Hygiene in Tropical Medicine, stammt natürlich dann aus dem adeligen Welfenorbit, die Royal Society. Ein sehr mächtiges und gefährliches Netzwerk. Also das heißt, auch dieser schwedische Typ weiß im Hinterkopf, dass halt da Angreifer kommen können mit biologischen Waffen mitten in Covid. Wenn Covid nicht auch schon eine biologische Waffe war, dann hatten wir den äh, dann hatten wir diesen General-Oberstabsarzt der Bundeswehr und der ähm, der hat sich dann dazu geäußert in dem Reservisten-Magazin und meinte hier ähm, und er meinte dann, also für die Bundeswehr macht es keinen Unterschied, ob ähm, für die Bundeswehr macht es keinen Unterschied, ob es jetzt ein, eine biologische Waffe ist, Covid, oder ob das natürlich entstanden ist. Er sagte, also hier Dr. Ulrich Baumgartner, General-Oberstabsarzt der Bundeswehr, sagt er, unsere Fachleute haben mögliche Pandemien schon länger im Blick, die Herausforderungen einer natürlichen Pandemie sind ja durchaus vergleichbar mit denen bei einem Einsatz mit biologischen Waffen. Dafür haben wir national und international wissenschaftliche und militärische Netzwerke aufgebaut, die uns jetzt auch in der Corona-Krise zugute kommen. Aha, ja, also, biologische Waffen, hinter den Kulissen wird darüber gesprochen, nicht in den Medien, auch nicht in den alternativen Medien, weil das halt momentan nicht erwünscht ist, dieses Gespräch. dann hatten wir die Russen. Auch die Russen werden nervös. Ja, das heißt, jetzt gab es ja auch so ein gewisses Plateau in Russland, wo man halt das anscheinend halbwegs in der Kontrolle hatte und schon kamen die Kreml-Propagandisten und meinten dann vollmundig, Covid ist vorbei in Russland oder so ziemlich vorbei in Russland. Covid spielt keine Rolle mehr in Russland. Da ist alles normal, alles supi in Russland und so und jetzt ist da genauso wie in allen anderen Ländern auch, jetzt geht das wieder steil nach oben und die Regierung regiert da, die Regierung agiert da in Russland genau wie in anderen Ländern auch, weitere Einschränkungen. Also Moskau drängt die Unternehmen wieder die Leute ins Homeoffice zu schicken, ältere Bewohner sollen nicht mehr nach draußen gehen. Also steiler Anstieg der Fälle und so also man soll sich isolieren und Behörden begannen mit der Verhängung von Geldstrafen und der Schließung von Moskauer Supermärkten und Einkaufszentren, weil sie gegen die Regeln zum Tragen von Masken verstoßen hatten. Sondern dieser Sobyanen der Bürgermeister Sergej Sobyanen von Moskau der Bürgermeister sagt mit den ersten Siegen im Kampf gegen Covid-19 kam ein Gefühl der Selbstzufriedenheit auf und sicherlich hat sich jeder von uns bei dem Gedanken ertappt, dass wir uns jetzt entspannen können und der Gefahr keine Aufmerksamkeit schenken. Leider ist das nicht der Fall. Das Virus ist noch nicht besiegt, die Pandemie dauert noch an. Tja, und man hat immer noch fett Arbeitslosigkeit hier in Russland und so, mit der man klarkommen muss wegen der Pandemie. Also haben uns die Pro-Putin-Influencer mal wieder angelogen. Ja, also die haben dem Publikum erzählt, was das Publikum hören will, nämlich totalen Schmuh. Haben uns mal wieder angelogen. Ah, das ist ja kein Ding mehr hier in Russland und so. Und jetzt geht es halt dann wieder rund. Und jetzt wird es auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch runtergehen in Russland, wie in anderen Ländern auch. Und dann werden halt die Kreml-Fußmatten wieder schweigen. Oh, wir reden nicht über Russland. Wir reden erst wieder über Russland, wenn es wieder ruhiger wird. Und ich meine, wir haben von Anfang an in mehrere Richtungen untersucht und haben gesagt, okay, es ist nicht der Ultra-Killer-Virus, aber es ist ernstzunehmend und kann dir keiner genau sagen, wie das verlaufen wird. Also damals war noch unklar, wie langsam wurde schnell das Ding mutiert. Es könnte gefährlicher mutieren. Dann haben wir von Anfang an gesagt, es könnte ein zweiter Virus dazu kommen. Wir haben eine saubere, cleane, ausführliche Berichterstattung gemacht. Aber dann kamen die Influencer nach fünf Minuten und meinten, nee, das ist fake und wer da nicht sagt, dass es fake ist, der ist einer von den Bösen und Mitverschwörern und will irgendwie die Wirtschaft kaputt machen und arbeitet für die Bild-Zeitung heimlich. Ja, hervorragend, ey. So ist die Influencer-Landschaft hier im deutschsprachigen Raum. Dann hatten wir den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses und die haben ja gesagt, China hätte die Pandemie verhindern können, also wenn sie halt früh richtig das geschnallt und reagiert hätten und wenn sie das nicht dann so vertuscht hätten mit verschiedenen, also zu verschiedenen Zeitpunkten und so weiter und so fort. Die Chinesen wehren sich natürlich und haben auch gesagt, ja, aber es ist ja auch sehr früh in anderen Ländern schon aufgetreten. Es stimmt schon, vielleicht hatten die Chinesen einfach nur Pech, vielleicht hat sich das nur aus dummem Zufall zuerst in diesem Wuhan-Markt richtig verbreitet. Vielleicht hat es den Chinesen jemanden untergejubelt. Auch in diese Richtungen untersuchen wir und halten uns das offen. Also das ist natürlich jetzt dann für die Republic halt eben dann für die Republicans halt eben jetzt bequem. Man schiebt es halt den chinesischen Kommunisten in die Schuhe, aber das kann alles viel, viel komplizierter sein. Und dann haben wir die US-Zentralbank, die Federal Reserve, die will jetzt irgendwelche digitalen Dollars und andere fragwürdige Hilfen an die Bevölkerung senden. Also man hat dann wirklich noch so eine Art von Werkzeugköfferchen oder einen Bag of Tricks, wo man dann jemanden hier dann die Pleite hinaus zögert. Also jetzt kriegen wir in Deutschland im nächsten Monat halt eben dann eine Insolvenzwelle, die fällt wahrscheinlich dann zusammen mit halt eben einem Anstieg von Covid und so. Und da hofft wahrscheinlich dann die CDU drauf und generell die die Altparteien hoffen da wohl drauf, dass halt eben dann die Insolvenzwelle zusammenfällt mit halt einer richtig bösen Covid-Welle, weil dann akzeptieren die Leute das eher die Maßnahmen, die es halt eben jetzt in diesem Jahr gab. Also früher in diesem Jahr und jetzt dann wieder aktuell. Das ist natürlich dann super übel für die Wirtschaft und die Bundesregierung war ja lange Zeit zum hohen Teil verantwortlich für die Wirtschaft. Also es gibt genug Grund, um die Altparteien zum Teufel zu jagen und neue Parteien zu schaffen. Aber bitte keine aber bitte dann keine Nazi-Parteien oder nicht auf Nazi drehen, weil das ist eine Sackgasse und also das haben wir jetzt im nächsten Monat. Das ist auch in anderen Ländern so. Jedes Land hat Probleme. Israel hat Probleme, Frankreich hat Probleme und keiner kann diese Probleme momentan gebrauchen. Aber man kann anscheinend hier mit irgendwelchen Mechanismen halt eben dann doch wieder Bailouts machen und dann irgendwie drumherum kommen um dieses große Desaster. aber du hast halt dann Leute, die dann erstmal irgendwie dann eine Weile arbeitslos sind und dann sich halt erstmal wieder fortbilden müssen und das ist natürlich dann richtig übel für einige Leute und das dauert vielleicht dann zwei, drei, vier, fünf Jahre bis die wieder auf dem Stand sind, den sie vorher hatten oder vielleicht sogar besser. Aber man kocht halt die Bevölkerung lieber gerne langsam weich. jedes Jahr oder alle fünf Jahre hast du halt eben so gewisse Milestones im negativen Sinne und dann die Häuser waren immer teurer und die jüngere Generation die können alle nicht mehr bauen oder können sich keine Häuser mehr leisten und so und dann machen die jungen Leute auch keinen Führerschein mehr und haben dann auch kein Auto mehr oder kein eigenes Auto und man gewöhnt sich dann immer an diese Veränderungen die es eigentlich gar nicht hätte geben sollen. Hier die Zentralbank, die Federal Reserve. Dann hier noch zu Amerika. Was passiert eigentlich, wenn die Wahl irgendwie nicht akzeptiert wird, angefochten wird? Was kann da eigentlich alles passieren? Also wie kann sich das halt eben dann wie kann das jetzt eben dann passieren? Und wir haben da mal so die die wichtigen Szenarien halt eben dann mal die wichtigen Szenarien hier mal eben zusammengeführt in einer übersichtlichen Form und und du hast halt einfach dann verschiedene Möglichkeiten. Ja, das heißt es gibt keinen klaren Sieger am Wahlabend. Ja, die Auszählung dauert an von den Briefwahlstimmen. Dann werden Briefwahlstimmen angefochten. Dann kann sich das wochenlang hinziehen. Dann kann können Randale dafür sorgen, dass die Stimmen gar nicht richtig ausgezählt werden und es gibt kein gesichertes Wahlergebnis und wegen Covid und so dann sagt man, dass das Repräsentantenhaus der Kongress übernimmt das jetzt und dann schickt man irgendwie Wahlmänner aus, je nachdem welche Partei welche Bundesstaaten kontrolliert und dann kommt halt eben dann der zwölfte Verfassungszusatz war das so kommt dann so kommt dann zum Beispiel Trump wieder ins Trump wieder ins Amt. Also das kann das kann so laufen. Und ich suche hier noch gerade diese anderen Details die ich dazu die ich dazu aufgeschrieben hatte. Hier, was genau passiert bei einem umstrittenen Wahlergebnis in den USA? Also am simpelsten wäre halt ein Sieg von einer Seite mit einem großen Abstand. Es ist nicht immer klar ob man halt eben dann alles auszählen kann um die Fristen im Dezember und Januar einzuhalten. Trump und die Republicans könnten einen rechtlich eindeutigen Sieg für Biden im Wahlkollegium und dann im Kongress behindern. Man könnte die Bildung eines Konsenses darüber verhindern ob es überhaupt ein genaueres Ergebnis gibt. Zweideutigkeiten in der Verfassung und Schwächen im Wahlzellgesetz machen es möglich den Streit bis zum Tag der Amtsanführung auszudehnen. Und wir haben das schon erwähnt also man kann vorher mit den Datenbanken und der Software berechnen wer dann ob die Leute das jetzt das Ergebnis akzeptieren ob die durchdrehen und weil jetzt eben Ruth Bader Ginsburg halt eben tot ist im Supreme Court und die Republicans halt eben dann jetzt die totale Mehrheit haben im obersten Gerichtshof deswegen wäre es halt vielleicht dann für die Republican Wähler dann erträglich oder irgendwie dann doch zu ertragen wenn Trump jetzt die Wahl verliert weil man hat den Supreme Court und den den Senat und man hat halt eben dann nicht das Weiße Haus und den Kongress also werden wir mal schauen wie sich das ergibt also die Wahl ist vollkommen offen wenn Trump gewinnt ist das kein Sieg fürs Volk ist das kein Sieg für die Influencer und für die Schwafler und für die QAnons und so du kriegst dann vier weitere Jahre den Cast den wir jetzt die letzten vier Jahre hatten Hinhaltetaktiken und und halt eben dann weitere Probleme weitere Probleme mit Trump und jetzt hatten wir dann eben den Staatsanwalt der schon vorgegangen war gegen Jeffrey Epstein und der will jetzt anscheinend wirklich Anklage erheben Anklage erheben gegen Donald Trump wegen seinen Steuern also das ist der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan Cyrus R. Vance der Typ ist ein Demokrat aber er hat halt eben dann auch hier war ja vorgegangen gegen er war vorgegangen gegen Jeffrey Epstein und gegen Trumps Ex-Gehilfen Paul Manafort Vance hat sich die Unterlagen der Deutschen Bank besorgt die Deutsche Bank hatte ja Trump bis zu zwei Milliarden Dollar geliehen und dann gab es irgendwelche seltsamen Russen und Russenbanken noch mit drin und dann Banker die dann tot aufgefunden wurden irgendwie erhängt unter seltsamen Umständen und ja und diesen Krimi will jetzt Cyrus R. Vance Junior auseinanderziehen und das kann durchaus kann auch durchaus so kommen ja man lässt jetzt halt Trump gewinnen und dann erhebt man Anklage gegen ihn und dann tritt er halt aus dem Amt zurück und so das kann genauso gut passieren und das wird halt vorher mit den Datenbanken und der Software und den Algorithmen und Psychometrie wird halt eben das so berechnet dass das hier für das Establishment halt eben dann vorteilhaft abläuft ohne dass jetzt da ein großer Megaaufstand läuft oder wenn ein Aufstand kommt dann will man ihn vorher berechnen und auch so haben wenn die Leute sich so verhalten wie bisher so wie so genormt also standardmäßig und halt dann eben diesen blöden Influencern zuhören oder den Mainstream zuhören dann wird alles in diesen kontrollierten Bahnen ablaufen und die Bürger kriegen nicht das was sie wollen die Bürger gewinnen einfach nie sondern man man erfindet sogar irgendwelche Scheinsiege ah Trump Trump ist der Mann des Volkes wieso haben sich Leute Trump auf die Nase binden lassen es ist bis heute nie und nimmer belegt worden dass Trump auch nur irgendwelche guten Absichten hätte hat man einfach nur behauptet lange genug behauptet oft genug behauptet die Leute wollten es hören und wollten es glauben also haben sie es geglaubt je größer die Lüge umso mehr wird es geglaubt absolut furchtbar und das war jetzt die Situation hier mit Trump dann ja gab es einen Untersuchungsbericht über Joe Bidens Sohn ja der war in der Ukraine aktiv Democrats genauso wie Republicans waren da aktiv und da gibt es komisches Geld was da verschwunden ist und so das hat alles mit der CIA zu tun da laufen CIA Operationen um die Ukraine halt unabhängiger zu machen von den Russen das ist Geheimniszeug das kannst du nicht im Wahlkampf benutzen deswegen ist auch dieser Bericht jetzt da über Joe Bidens Sohn halt relativ harmlos ausgefallen das ist halt da ist halt viel zu viel geheimes Zeug da mit drin und die Republicans die stecken da auch mit drin und so du darfst ja nicht deinen Influencern zuhören weil die belügen dich halt irgendwie sowieso bloß an oder erzählen dir eben bloß einen Teil von der Wahrheit dann ähm das sei denn im Staatsanwalt dann ja steht hinter QAnon ein ehemaliger Army Sergeant mit Computerkurs im Spionagehemmel Virginia also es gibt ja jetzt viele die da angeblich jetzt ähm viele die da angeblich jetzt hinter Q stecken und viele die dann so tun als seien sie da irgendwie ähm als stecken sie da jetzt irgendwie mit drin aber ähm aber jetzt äh gibt es ja immer wieder Spekulationen diese Leute die da hinter diesem 4chan oder 8chan oder 8con Board stecken diese komischen Typen mehr der Vater war irgendwie wirklich ein Armee Offizier und wurde dann in Virginia zu einem Computerkurs gesteckt und die fangen dann dieses komische Forum an und dann ähm und dort taucht dann dieser Q auf und hört dann genau auf zu posten wenn die dann irgendwie das Forum umziehen müssen es ist so lächerlich ich meine egal wer da diese dumme Idee hatte die Nummer stinkt und und die Nummer stinkt total und es ist halt ein billiges Manöver und die Leute wollen es glauben und es ist wirklich ein politischer Kult geworden und jetzt siehst du halt dann die ganzen Massenmedienberichte wo man dann so Leute sieht deren Angehörige da reingefallen sind auf diese Q-Anon-Sekte und die sagen dann ich erkenne meine Mutter nicht wieder oder ich erkenne meinen Ehemann nicht wieder ich erkenne meine Schwester nicht wieder ich erkenne meinen Freund nicht wieder der ist so auf dem verstrahlten Trepp und wenn du da nicht total mitziehst dann hasst er dich und will nichts mehr mit dir zu tun haben also was man da den Leuten angetan hat ja ich meine alleine dieses ich meine das Argument zieht ja nicht dass man jetzt halt einfach da so einen Schmuh erfunden hat so eine Lüge um den Leuten Hoffnung zu geben damit die halt irgendwie Republican wählen der Zweck halb ich die Mittel sondern man hat Zeit verplempert der Leute Geld verplempert der Leute man hat den Leuten den Unfug erzählt das ist strategisch ein Desaster man hat einen riesen Schaden damit angerechnet und jeder der da diesen Q-Anon-Schmuh halt eben dann verbreitet hilft wirklich den Leuten nicht aber das geht ab anscheinend wie Schmitz Katze also dieser Influencer-Blödsinn und jeder mit einer Webcam jeder internetsüchtige Dödel mit einer Webcam ist jetzt ein Aktivist und lernt dann innerhalb von ein zwei Wochen welches Sätzchen man da aneinander stückeln muss solche Wortbausteine so Baukasten mäßig und dann schaltet man die Kamera an und labert halt eben dann drauf los irgendwie ich bin ja so für Amerika und für Freiheit und where we go we go as one und bla 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 trust the plan hört sich alles toll an ist eine rein virtuelle Veranstaltung komplett fake hier komplett fake und dann hatten wir etwas das ich ja eigentlich auch schon angekündigt hatte vor nicht allzu langer Zeit nämlich nämlich diesen diesen Vorfall jetzt da ist ein ein türkischer da ist ein türkischer ein russenpropagandist der in der in der Türkei lebt lebte ein russenpropagandist in der Türkei lebte wurde jetzt ist jetzt überraschend gestorben wurde vielleicht ermordet und die russen verdächtigen irgendwelche westlichen Dienste finden die details auf recenter.com und das ist genau das was ich vor einer weile gewarnt hatte mit Nemtsov und Nawalny irgendwann gibt es Payback irgendwann kommt die CIA und fängt dann an irgendwelche russenpropagandisten im Westen zu vergiften oder gleich zu ermorden und dann kippen die um und sterben wie die Fliegen und jetzt haben wir das haben wir so einen Fall vielleicht so ein Typ der halt immer schon also der stammt aus dem russischen Orbit total und hat irgendwie sein Vater schon und studiert und bla 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 im Kalten Krieg und dann hat er irgendwie ein Land nach dem anderen besucht und hat er dann die übliche russenpropagandat gespult und jetzt war er halt irgendwie in der Türkei und jetzt ist er tot und Russia Today Deutsch berichtet darüber und deutet an dass der Tod irgendwie verdächtig sei aha bei Nawalny hieß es aber der hat sich vielleicht selber vergiftet oder Nawalny ist aber oder irgendjemand hat oder die CIA hätte Nawalny vergiftet um die die Pipeline Nord Stream 2 zu verhindern also jede jede andere jedes Szenario wird da irgendwie ins Gespräch gebracht außer halt das Szenario dass die Russen den vielleicht ermorden wollten oder schleichend vergiften wollten ähm und und bei Nemtsov hieß es die CIA hätte ihn umgelegt um Putin schlecht aussehen zu lassen und jetzt stirbt ein Russen Propagandist und jetzt ist es auf einmal nicht mehr funny jetzt ist es auf einmal ernst jetzt heißt es oh der Tod ist verdächtig und ich sag ja die Influencer hier bei uns im Westen also die ja meistens Russen Propagandisten sind die kippen ja alle langsam aus den Latschen die sehen alle immer schlechter aus ich meine ich meine klar schauen Sie sich mal ein Video an von mir von 2009 oder sowas ähm aber wenn ich ein bisschen wenn ich jetzt ein bisschen ins Solarium gehe und halt ein bisschen mehr Sport mache und so dann geht das aber ich meine einige von diesen Influencern die sehen aus wie Alkoholiker unter der Brücke und kippen dir langsam aus den Latschen ja die großen Russen Propagandisten und ja das kann die CIA auch das kann der MI6 auch die können die auch irgendwann die Unterwäsche vergiften oder den Kaffee oder die Milch oder sonst irgendwas und dann werden diese Russen Propagandisten halt auch immer immer irrer und irrationaler und kränker und schwächer und verrückter und versuchen sich dann halt irgendwie dann leistungsfähiger zu machen mit Aufputschmitteln dann brauchen sie wieder Xanax und Alkohol um runter zu kommen und so um leistungsfähig zu bleiben und dann ist das so eine Spirale die dann immer weiter in den Abgrund reingeht und das darf einfach nicht sein ja weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung klar sind solche Leute wie Nemtsov oder gerade Nawalny klar suchen die Westverbindungen klar suchen die Westkontakte klar sind das nicht immer die großen Sympathieträger und die tollsten Leute aber wenn man sich hier halt eben dann bei uns in unserer Sphäre wenn man sich hier dann so reinziehen lässt in dieses Denken ah ist doch okay dass der tot ist weil er weil er irgendwie gegen Putin ist dann kommt die Retourkutsche und so funktioniert dieses Ost-West-System das habe ich auch in dem neuen Buch tiefste Geheimnisse der Supermächte Band 4 eben das ich nenne das den Full-Cross-Screw-Over dass halt eben dann die Russen und die Amerikaner an der Spitze zusammenarbeiten und die verheizen dann gegenseitig die Dissidenten das ist super gefährlich und keiner spricht über diese Möglichkeit niemand außer wir was ich gesehen habe ja dann jetzt irgendwie so ein mordverdächtiger russischer Funktionär im alten Litvinenko-Fall soll jetzt den Nawalny-Fall untersuchen also das versuchen die Russen jetzt den Leuten auf die Nase zu binden und je krasser es die Russen treiben umso krasser treiben es dann die westlichen Dienste und machen dann hier die Dissidenten fertig und dann kriegen die einen Koller oh shit wir wurden auf Facebook gelöscht uns brechen die Einnahmen weg und dann werden sie von YouTube gelöscht wir sind nicht mehr präsent die Leute denken nicht mehr dass wir irgendwas beeinflussen können wir verlieren unseren Influencer-Status und dann kriegen sie dann irgendwie noch eine Anklage und noch eine Anklage an den Hals und dann kommt der Verfassungsschutz und macht Druck und findet irgendwelchen Dreck und dann kippen die die Influencer irgendwann aus den Latschen also dann genau und dann hatten wir nämlich das hier vor einer Weile auf recenter.com das möchte ich unbedingt hier nochmal unbedingt hier nochmal erwähnen und zwar neues Buch wirft Putin vor beim KGB in Dresden linke Terrorgruppen für den Westen verwaltet zu haben finden die Details auf recenter.com das im neuen Buch Putins People How the KGB took back Russia and then took on the West Catherine Belton erklärt hat eben wie das dann damals gelaufen ist Putin war in Dresden stationiert er sei sogar an der Leitung linker an der Leitung linker Terrorgruppen beteiligt die auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs Attentate führten ja und diese Autorin Belton taucht auch tief ein in die Welt post-sowjetische Figuren die Donald Trump lange vor seiner Kandidatur für das Weiße Haus umzingelten und KGB Techniken anwandten um den zukünftigen Präsidenten in ein Netz finanzieller Verpflichtungen zu verwickeln ja dann ja dann haben wir noch einen Beitrag hier auf recenter.com Beitrag auf recenter.com Russland erzählt Russland erzählt eine falsche Geschichte zur Kiewer Russ also das heißt man versucht das immer so darzustellen als hätte Moskau heute Anspruch auf die gesamte Ukraine ja wegen irgendeiner uralten Geschichte von an und dazumal von vor über 1000 Jahren aber dem ist nicht mal ich meine das war schon von Anfang an eine blöde Argumentation aber jetzt haben wir hier so einen Beitrag von einem Typen mit Doktortitel Jaroslav Daschkevich und der erklärt halt da gibt es eine längere Fassung von dem Text und der erklärt halt eben dann was das für ein Blödsinn ist also die Ukraine hatte auch schon wirklich eine eigene Geschichte und das war alles und die ganzen Zaren haben dann auch die Geschichte zusammen gefälscht weil sie wollten halt eben dann dieses große Einzugsgebiet haben dieses Gebiet verwalten und dazu musste man halt eben dann an der Geschichte rumschrauben und an der Geschichte rumdoktern also da hatten wir dann alles mögliche also zur Zeit des Kiewer Reiches gab es keine Erwähnung eines Moskauer Volkes es ist bekannt dass Moskau 1277 als ein der goldenen Horde untergeordnetes Vasallengebiet oder Ulus geschaffen wurde das vom Khan Mengu Timur gegründet wurde zu diesem Zeitpunkt existierte die Kiewer Russ bereits seit mehr als 300 Jahren es gibt bis zum 16. Jahrhundert keine Hinweise auf eine Verbindung der Kiewer Russ mit den finnischen Volksgruppen im Land Moxel oder später des Moskauer Fürstentums mit dem Fürstentum Kiewer Russ zu der Zeit als die Kiewer Russ offiziell das Christentum angenommen hat erlebten die finnischen Stämme in Moxel einem halbprimitiven Staat Wie kann man von einem älteren Bruder sprechen wenn dieser ältere Bruder erst Jahrhunderte nach den Russ Ukrainern auftauchte Er hat weder das moralische Recht sich selbst als älterer Bruder zu bezeichnen noch zu diktieren wie die Menschen zu leben haben und stellen uns mal vor wenn die DDR länger gedauert hätte und wenn vielleicht ganz Deutschland hier unter die Kontrolle gefallen wäre von Russland dann hätten die wahrscheinlich dann die Geschichte so brutal zusammengefälscht bis es raucht und ich meine ich musste ja hier in meinem Buch hier was ich hier sehe der geführte ausländische Geheimdienst im Dritten Reich musste ich ja alles mögliche nochmal ausgraben und alles mögliche nochmal untersuchen was bisher noch gar nicht so richtig untersucht worden ist also Unmengen an krassesten Dingen musste ich hier ausgraben selber um hier mal rauszufinden was wirklich passiert das vor ein paar Jahrzehnten hier im Dritten Reich was für Geheimoperationen hier liefen ausländische Geheimdienste im Dritten Reich vor dem Dritten Reich schon natürlich das ist der schiere Wahnsinn und alles was da drinsteht meine Damen und Herren das berührt oder entlarvt anscheinend Geheimoperationen zu höchsten Ordnungsgrade das sind Dinge die niemals an die Öffentlichkeit hätte kommen sollen und ich konnte das mit vertretbarem Aufwand ausgraben keine Millionäre hinter mir keine Gönner hinter mir keine Geheimdienste hinter mir kein Riesenbudget hinter mir der schiere Wahnsinn der schiere Wahnsinn dann hatten wir noch hier in Deutschland die Entwicklung mit der AfD jetzt ist dann die jetzt ist die dritte Landtagsfraktion der AfD auseinander gebrochen und zerbröselt hier in Schleswig-Holstein und natürlich geht es dann wieder mal um den Kampf um diesen Todkrieg da zwischen Gemäßigten und dem sogenannten Flügel wie auch immer der sich jetzt nennen möchte also das heißt man hat jetzt keine Fraktionsstärke mehr man kriegt einen Haufen Geld nicht mehr und die Räumlichkeiten nicht mehr und so und das ist immer noch der Kampf innerhalb der Partei man will sich nicht komplett trennen weil man könnte in der Bedeutungslosigkeit versinken aber wenn man es so lässt wie es ist versinkt man auch irgendwann in der Bedeutungslosigkeit und dann irgendwann fliegt die AfD aus den westdeutschen Parlamenten und dann ist er auch im Osten relativ begrenzt und im Osten leben ja fünfmal weniger Menschen als im Westen und dann ist das Projekt tot oder fast tot also ein Zombie ein Sammelbecken für ein gewisses Klientel und dieses Sammelbecken wird nie irgendeinen Blumentopf gewinnen es sei denn das Establishment will halt dann irgendwie was weiß ich eine Spaltung Deutschlands sondern irgendwie dass die Russen dann Ostdeutschland übernehmen oder sowas aber ansonsten von sich aus gesehen würde die AfD dann keinen Blumentopf mehr gewinnen und das wäre dann halt eben dann ja das halt rausgeschmissene Zeit rausgeschmissenes Geld und diese Partei würde dann den Platz wegnehmen für halt neue Projekte die dann vielleicht besser wären ja aber ich meine selbst wenn jetzt jemand eine neue Partei gründen würde und da Zeit und Geld investieren würde würde es die gleichen Probleme wie immer würde es irgendwelche ja furchtbaren Leute und halt eben dann V-Leute und Neonazis die halt dann so genormt standardisiert denken und agieren dass sie halt natürlich dann auch leicht genormt und standardisiert bekämpft werden können und dass sie dann gesellschaftlicher Leben dann gesellschaftlich tot sind und das war auch einer der Gründe warum ich das Buch geschrieben habe der geführte ausländische Geheimdienste im dritten reich ich habe halt eben dann die Geheimdienst Geschichte des dritten reichs aufgedröselt und die Geheimdienst Geschichte aufgedröselt hinter den Verschwörungsmedien und den Medien die halt eben dann die Nazis so beeinflusst hatten das ist so unglaublich wichtig also mit diesem Buch hätten sie das Handwerkszeug um tatsächlich etwas zu reißen in der Politik in einer patriotischen Politik ich meine ich bin ich bin nie wirklich warm in meinem ganzen Leben nicht bin ich nie warm geworden mit der Bundesrepublik ich denke vielen geht es genauso und und dass diese heutige Inkarnation von Deutschland bewegt sich halt in keine gute Richtung und ich denke viele von denen die sich halt als sehr patriotisch wahrnehmen viele von denen die die würden wahrscheinlich dann in Texas aufblühen oder sowas oder in Colorado bei den ganzen Amerikanern die deutsche Vorfahren haben weil du konntest halt da drüben halt also zeitweise konntest du als deutscher Migrant in Amerika du konntest so sein wie du bist du konntest dich entfalten und deswegen hast du halt dann eben dieses texanische Wesen oder die Leute in Colorado und diesen Staaten und so das ist alles das was also die genießen teilweise heute noch das was wir nie genießen konnten weil wir uns nie hier entfalten konnten wegen dem Adel wegen den verschiedenen adeligen Clans und auch den ausländischen Geheimdiensten ich meine fragen sie mal ich meine fragen sie mal irgendeinen extrem rechten ultra also jemand der sich als extremen Patrioten wahrnimmt diese Leute mögen die Bundesrepublik auch nicht die werden auch nicht wirklich warm mit vielen Leuten hier und kommunizieren das teilweise auch sogar sie sagen dann irgendwie sie können 85% der Bevölkerung irgendwie nicht leiden und so und es sei irgendwie alles Feind aber das Problem ist das Problem ist sie 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 klassifizieren halt wirklich dann 85% der Leute als Gegner und die verbliebenen 15% mit denen streiten sie sich ja dann auch das sieht man jetzt an der AfD also sie sind auch vollkommen zerstritten und es fehlt dann geheimdienstlich im Know-how und man ist halt infiltriert und so und das ist halt eben das Problem das wir in Deutschland haben und das sind lösbare Probleme durchaus also es hilft Deutschland nichts wenn ich die und den Deutschen nichts wenn ich die AfD schönrede wenn ich schönrede was da gerade läuft und ich meine ich habe zwei Kinder ich habe zwei Kinder ich will auch nicht dass die aufwachsen in irgendeinem in irgendeinem Linksstaat oder in irgendeiner Form von Diktatur oder ich will dass meine Kinder dass meine Kinder aufwachsen in einer stabilen Wirtschaft selbstverständlich ich meine es gibt ja manche rechte Influencer die die ja nicht mal Kinder haben und immer älter werden die also ihre Werte noch nie wirklich so gelebt haben in dem Sinne sondern die halt einfach bloß irgendwelche verbalen Sachen wiederholen was sie aufgeschnappt haben und sie denken daran misst man Patriotismus oder wie viele Strafverfahren du gesammelt hast und wie wie verbundbar du dich da gemacht hast daran messen sie dann Patriotismus und wer da nicht mithalten kann der ist für die kein Patriot ok gucken wir noch auf das Feedback die Kommentare von den Leuten Zuhörer Zuschauer und Leser schauen wir mal was wir hier haben hier schreibt zum Beispiel Roman folgendes ich kann mich erinnern dass du in einer deiner Sendungen die sich mit Themen der Vorbereitung zur NWO beschäftigt haben gesagt hast dass du zu diesem Zeitpunkt von drei Szenarien ausgehst die die NWO auslösen können erstens ein neuer Weltkrieg dann gewinnt die westliche Sphäre und proklamiert die NWO zweitens in der Phase kurz vor dem dritten Weltkrieg würden sich die westliche und östliche Sphäre friedlich einigen und dann würde die neue Weltordnung proklamiert das dritte Szenario sei so sagtest du damals dass eine größere Katastrophe also ich weiß nicht von welchem Zeitpunkt der ausgeht also ich hab schon mal im zweiten Buch von ein paar Jahren 2020 Weltkrieg oder Weltregierung hab ich schon gesagt es kann einen richtigen vollen Weltkrieg geben es kann einen Weltkrieg geben der an der Spitze aber abgesprochen ist mit massiven Opferzahlen es kann einen Weltkrieg ein Weltkrieg kann angedroht werden im letzten Moment einigt man sich auf eine Weltregierung und man kann aber auch einen kalten Krieg weiterführen für Jahrzehnte oder in alle Ewigkeiten so wie in George Orwell's 1984 wo dann halt die drei Supermächte dann im Dauerkrieg gegeneinander sind und niemand kann sich da immer durchsetzen also das sind sehr verschiedene Möglichkeiten und da muss man eben ein Auge weiter drauf haben also das heißt es ist es ist wirklich gelinde gesagt lächerlich dass Leute nicht in Erwägung ziehen also die ganzen Influencer da draußen nicht in Erwägung ziehen dass die drei Supermächte an der Spitze zusammenarbeiten können heimlich und zusammenagieren das war ja das Interessante für mich vor 10-15 Jahren an halt amerikanischen alternativen Medien konservativ libertären alternativen Medien die haben den Ost-West-Konflikt in Frage gestellt und sie haben den Links-Rechts-Konflikt in Frage gestellt dann dann schreibt hier hier schreibt Fehles an Befriedungs- und Aufstachelungstechniken forschen Sozialwissenschaftler also schon seit mehreren Jahrzehnten nur mal so gefragt kann irgendeine Form der Unruhen und Revolution in den USA außen auch denn überhaupt ungewollt geschehen wohl eher nicht also Black Lives Matter Jazz-Kram ist also erwünscht wenn nicht gar designt und zugelassen mal sehen ob die Trump-Fans da so schnallen ihre Aktion ist ja auch mit einberechnet also kann irgendeine Form der Unruhen Revolution ungewollt geschehen also das ist eine interessante Frage die wir nicht endgültig beantworten können wir wissen nicht exakt wie perfekt das System der Kontrolle ist also das muss man mit hier ich meine allein dass die so einen riesen Aufwand betreiben die Leute bei der Stange zu halten und Ost-West-Konflikt und links gegen rechts und dieses ganze Zeug Psychometrie dass sie überhaupt sich die Mühe machen zeigt eigentlich dass sie es nötig haben und dass sie es nicht riskieren wollen hier einfach so mal eine offene Diktatur zu machen sie brauchen eben dieses Teile und Herrsche dass die ganzen Gruppen sich gegenseitig an die Gurgel gehen also das zeigt schon eine gewisse Schwäche und wie ich ja gesagt habe die haben nur so und so viele Tausende oder Zehntausende Geheimdienstler die so und so viele Stunden pro Woche schuften können und wenn wir jetzt überlegen 100.000 Bürger 200.000 Bürger die halt richtig professionell da was leisten würden da könntest du natürlich dann die staatlichen Geheimdienste ausstechen also das kann ich so natürlich nicht beantworten aber man kann also ich kann so weit eine Antwort darauf geben wenn Leute mit Standardmethoden agieren mit Standardideologien Ideologien agieren so genormt agieren dann ist das immer so vorher zu sehen und vorher zu berechnen und vorher zu steuern ähm dann also dann schreibt hier jemand äh was haben wir hier was haben wir hier was haben wir hier ähm hier schreibt Read Alert Read Alert QAnon ist Titelstory im Spiegel sei antisemitischer gefährlicher Kult der auf wirren Lügen basiert wird wohl Zeit dass ich mich eingehend damit auseinandersetze wenn der Spiegel so gegen was hetzt ist meist was dran ähm also ich hab erstmal gedacht das ist Sarkasmus ähm der Spiegel kann auch Dinge erzählen die Stimmen ja das heißt der Spiegel erzählt dir dann der Spiegel erzählt dir dann äh die Wahrheit wenn es dem Spiegel nützt oder halt dem System nützt aber nur ein Teil der Wahrheit ja und auch nur dann wenn es nützt ja also es gibt genügend antisemitische Standardverschwörungs äh Leute die halt da manipuliert und programmiert wurden die halt sich an diesem QAnon Movement beteiligen und da sind auch äh ein gewisser Prozentsatz total verstrahlte Spinner mit drin und natürlich ist das für den Spiegel ein gefundenes Fressen und das System also die Geheimdienste die können natürlich dann eben wie sie wollen die Leute weiter radikalisieren und halt eben dann weiter eben dann reintreiben und wenn gewünscht ist kann man halt dann mal halt so ein so ein Event schaffen irgendwie so ein neuer Oklahoma City Anschlag und so ein paar Unruhen Aufstände und dann haust du das klein ähm und dann hast du halt wieder die wieder irgendwas erreicht was dem Establishment in den Kram passt ich hab's auch in einem neuen Buch geschrieben wenn das Establishment will können die die Militanten Latinos aufhetzen und bewaffnen gegen die Militanten Weißen ja wenn die einen Bürgerkrieg wollen dann zelebrieren die einen Bürgerkrieg nach vorberechneten äh auf eine vorberechnete Art und Weise und dann antwortete hier Read Alert nochmal zurück ähm folgendes also er schreibt hier ich hab jetzt mal den Spiegelartikel gelesen beinhaltet sehr interessante Punkte bei Pizzagate hast selbst du damals gesagt dass da durchaus was dran sein könnte äh nur eben die Täter eventuell rechtzeitig gewarnt wurden um Beweise vernichten zu können erwähnt wird auch dieses komische simulierte Kannibalismus denn er ähm und die ganzen organisierten Perdo-Geschichten egal wie es Epstein Sachsensumpf und so weiter tritt mehr zu Tage was soll daran eine wirre Lüge sein Adrenochrome etwa selbst da gibt es ja irgendwelche Akten die das als starke Droge bestätigen für eine billige Aktion der Republicans scheint mir das wie sehr aufwendig naja es ist halt so du kannst halt und das sah man immer wieder 200 Jahre lang in Verschwörungsmedien in gewöhnlichen Verschwörungsmedien man nimmt so ein paar Dinge die tatsächlich stimmen so ein paar äh Fakten und äh dichtet dann einfach einen Haufen Fantasien einen Haufen Blödsinn dazu natürlich gibt es den Epstein Case natürlich gibt es den Franklin Omaha Nebraska Case natürlich gibt es den Sachsensumpf natürlich erkennen wir hier eine organisierte erkennen wir organisierte pädophile Strukturen und es passt zu dem was ein Geheimdienst machen würde man kontrolliert halt eben einen Politiker über Pädophilie weil das eben das unverzeihliche Verbrechen schlechthin ist in der Gesellschaft und man eben dann jemanden in der Hand hat ähm natürlich musst du in die Richtung ermitteln aber halt dann richtig und qualitativ ermitteln nicht einfach irgendwie drauf losbrüllen der Schauspieler ist bestimmt ein Satanist und der ist ein Satanist und jeder von diesen Linken ist ein Satanist aber Trump ist der Gute und die anderen Republican Stars sind die Guten und so ähm also da ist so viel Müll mit drin in diesem QAnon Zeug und diejenigen die das erfunden haben die äh hoffen natürlich dann darauf dass halt die Leute auch so die Fakten kennen halt Epstein und Dings und Bums ähm und hoffen halt dass dann halt eben alles geglaubt wird was da eben verbreitet wird ja und äh ähm und Adrenochrome Adrenochrome kannst du künstlich herstellen äh es hat nie jemand irgendwelche Belege gezeigt für irgendwelche Untergrund Militärbasen wo dann irgendwelche Kinder gefoltert werden für diese Droge und jada 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 ähm also richtige Recherchen sind immer willkommen aber man hat den Leuten halt da wirklich einen Unfug auf die Nase gebunden und je mehr die das halt eben dann promoten umso mehr ähm landen sie halt dann in dieser Sackgasse also der Spiegel muss halt bloß drauf hindeuten und sagen schaut euch den Blödsinn an und dann hat sich für viele Leute das Thema einfach erledigt ja also wenn jetzt ähm wenn jetzt halt eben dann unabhängige Leute Aktivisten Medien und so wenn die halt eben dann viel bessere Arbeit geleistet hätten dann würde der Spiegel halt eben irgendwie drüber schweigen oder würde halt anderweitig versuchen das in den Dreck zu ziehen und dann würden halt mehr und mehr Leser abwandern weg vom Spiegel hin zu den alternativen Medien aber wenn halt alternative Medien halt so auf Irre und Nazi gedreht werden dann ist das halt nur so ein Sammelbecken und da wird nie was rauskommen dabei ähm äh hier schreibt Yawnporn ähm schreibt hier schreibt hier folgendes ähm bin weitgehend einig aber was ist die Alternative im Kampf um Geheimwissen müssen die Profis logischerweise gewinnen sobald die besser verschleiern kann auch Recenter nichts mehr machen ähm was bringt der Wissensvorsprung von durch Recenter sobald die Leute weniger blöde werden wird halt besser getan und getäuscht äh ja wie ich ja gesagt habe wir haben mehr Personal wir haben viel mehr Leute und viel mehr Möglichkeiten das heißt wir können nachrichtendienstliche Strukturen schaffen die größer und besser sind als die von der Regierung ähm ähm und und es gibt gar keine andere Möglichkeit du musst dich professionalisieren und du musst auf einer professionellen Ebene agieren äh und du kannst halt eben dann diese ganzen Taktiken vom Gegner zerlegen und von diesen Supermächten zerlegen und allein wenn Leute zum Beispiel schnallen würden das ist ja auch meine Arbeit wenn Leute schnallen würden wie gemeinsam die Wurzeln sind von den drei Supermächten und so weiter dann ähm würden einige Leute dann schon völlig anders denken völlig anders agieren völlig anders entscheiden ähm also da muss das darf man auf keinen Fall unterschätzen ja das darf man auf keinen Fall unterschätzen also die die Standardgeheimdienstler die dürfen wir auch nicht längst nicht alles wissen und ähm die meisten sind Analysten die hocken am Schreibtisch also die haben auch einen Schreibtisch hier äh Schreibtisch und halt Computer und Bildschirme und Bücher und und das ist auch nicht anders als das was wir machen in mancherlei Hinsicht ja also viele Geheimdienste das sind einfach nur Analysten und dann gibt es also die Field Agents und so weiter und ähm die ja dann versuchen Informationsquellen anzuwerben ich meine wir suchen auch nach Informationsquellen ähm also da das ist das ist nicht so das sind nicht zwei getrennte Welten ja das heißt wenn du gegen Andrew wenn du gegen Andrew Agassi in seiner absoluten Primetime wenn du gegen den Tennis spielen willst dann musst du zumindest mal anfangen Tennis zu spielen und dann nimmst du dir noch drei drei andere Leute die auch ein bisschen Tennis spielen können und dann spielst du zu dritt gegen Andrew Agassi und rate mal was passiert Andrew Agassi verliert auch wenn er sich Doping reinknallt auch wenn er irgendwie dann extra viel trainiert noch kann er nicht gewinnen Ende aus ähm dann äh dann schreibt hier jemand aus Sarkasmus Ron Paul Ron Paul Kampagne 2020 Ron Paul 2020 tja das wird wohl ins Wasser fallen es sieht so aus als hätte Ron Paul einen Schlaganfall erlitten mitten in einem Livestream finden die Story auf recenter.com also mit dem verlinkten Video ähm hat er nachher ein ein Bild gepostet auf Twitter auf dem offiziellen Twitter Account ihm ging es jetzt wieder besser er ist irgendwie glaube ich 85 Jahre inzwischen und ähm wie gesagt er ist halt so die Oldschool Libertären Ikone also Hayek Mises Rothbard aufgewärmt und mit all den krassen Lücken und all den Fehlern äh vor allem Rothbard ähm und die Russen ähm und man hat ja gesehen Libertäre durften auch in Amerika nie politische Macht bekommen also obwohl die Kochbrüder da rein sind teilweise in die Libertarian Party in Amerika obwohl es so viele Unternehmer gibt die da Geld reinpumpen könnten in libertäre Parteien irgendwie wird da der Deckel drauf gehalten dass ich da nie eine libertäre Partei wirklich formen darf die irgendwie richtig was leistet die wirklich die Ämter gewinnt und dann wirklich was macht da ist anscheinend so richtig da der 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 ja das verhindert worden und Ron Paul war halt dann hat halt eben das eine Amt immer wieder ausgeführt da in Texas und hat dann so getan zweimal als wolle er Präsident werden und das war leider nur pro forma so angedeutet nur nicht wirklich ernst gemeint und ähm ähm und in den letzten Jahren ging das libertäre halt total verloren ähm was halt unglaublich schade ist und außerdem libertäre haben sich halt in den letzten Jahrzehnten auch nicht weiterentwickelt also das Internet oder irgendwelche irgendwelche Bitcoin Geschichten das ist kein richtiger Fortschritt in dem Sinne sein ich meine libertäre müssen anfangen das Militärische zu lernen und sich einzulesen in das Geheimdienstliche und müssen halt verstehen dass Freiheit nur zu erreichen ist wenn du halt ähm ja weitere Wissenschaftsfelder dazu nimmst um halt im Laufe der Zeit irgendwann dich einer einheitlichen umfänglichen Wissenschaft über die Freiheit äh anzunähern ja also es ist völlig verfehlt wenn man halt eben dann halt einfach nur Rothbard, Hayek und Mises liest oder Ron Paul liest ähm und dann denkt okay ich weiß jetzt schon alles Wichtige und ich hab das Rezept und ich hab das Handbuch für die perfekte Gesellschaft und wir wissen wie wir das alles irgendwie lösen können so einfach ist es nicht ähm und auch dort in der libertären Sphäre da hat man auch dieses Kultdenken dann zelebriert und so in manchen Segmenten ja wenn du da nicht total irgendwie auf Linie bist bist du einer von den Bösen und man soll dich ausgrenzen und so ähm das gab's da auch leider oh ziemlich teure Uhr muss ich sagen ziemlich teure Uhr am Handgelenk von Ron Paul anscheinend ähm also wir hoffen es geht ihm gut er hat ja selbst wenig Empathie gezeigt gegenüber den ganzen Opfern im Ostblock also er hat sich ja da immer wieder positiv geäußert über China und Russland ähm ja wie gesagt er erhofft auf Empathie von den Leuten und fromme Gebete er selber hat anscheinend das nicht übrig für die ganzen Opfer im Ostblock das sei mal so dahingestellt ähm ich meine warum warum musste der auch so lange so lange überhaupt agieren warum gab's keinen richtigen Nachwuch warum gab's keine 50 neun Ron Pauls die halt alle ein bisschen über den Tellerrand gucken und weiterdenken ja warum musste der das dann so lange machen naja okay das war's heute im Rahmen der Sendung wir sind zurück ja möglichst bald wie gesagt ich packe momentan wie ein irrer Legacy Premium Food für unsere Kunden wir haben Kunden aus aus verschiedenen Ländern Europas äh insbesondere Frankreich wir haben Firmenkunden wir haben alles mögliche das heißt die Leute wissen halt du kannst dich im Zweifels Fall nicht unbedingt auf den Staat verlassen äh du weißt nicht ob da noch eine Cyberattacke kommt und so weiter und so fort und jeder sollte Prepping haben aus verschiedensten Gründen ja jetzt nicht nur wegen diesem einen Virus der jetzt rumgeht äh sondern es macht halt einfach Sinn für jeden und ähm die Deutschen sind immer noch viel zu schlecht vorbereitet und deswegen gibt's da viel viel aufzuholen schauen sie rein unter shop.recenter.com shop.recenter.com mein neues Buch der geführte ausländische Geheimdienste im Dritten Reich und das allerneueste Buch tiefste Geheimnisse der Supermächte Band 4 Herrschafts und Wiederschöns der Händigen ich danke für den Support für die Aufmerksamkeit bleiben sie frei und machen sie sich nützlich